Kapitel 1. Die Unterziele auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Ein Überblick. Das sinnvolle Ziel, das du anstreben solltest. Finanzielle und persönliche Freiheit, die es einem ermöglicht, seinem Purpose, dem wahren Ziel, also der Bestimmung, zu folgen. Grundsätzlich erreicht man dieses Ziel, indem man Tage sammelt. Wie ich das meine? Stell dir vor, du hast im Monat 3.000 Euro Kosten und etwas über 3.000 Euro netto. Wir nehmen hier 3.000 Euro, da sich diese Summe leicht durch 30 Tage teilen lässt. Dann bedeutet das, dass du pro Tag 100 Euro verdienen musst, um deine Kosten decken zu können. Denn du hast ja 3.000 Euro fixe Kosten im Monat und 3.000 Euro Einnahmen. Ziel ist es jetzt, passive Einkommensströme zu sammeln, mit dem Zweck, immer mehr Tage zu sammeln, an denen du nicht arbeiten musst. Und zwar deshalb, weil sich diese Tage über feste, passive Einnahmen finanzieren. Hättest du beispielsweise Einnahmen aus der Vermietung einer Münzwaschmaschine in Höhe von 500 Euro pro Monat, so hättest du damit 5 Tage gesammelt. Finanziell frei bist du dann, wenn deine passiven Einnahmen, ohne dafür arbeiten zu müssen, deine festen Kosten übersteigen. Und dann bist du wirklich auf der Überholspur. Warum bist du auf der Überholspur, wenn du alle 30 Tage eines Monats komplett aus passiven Einnahmen finanzieren kannst, weil du dann nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen musst, keine Dinge mehr machen musst, auf die du eigentlich keine Lust hast und endlich genug Zeit hast, echte Werte aufzubauen. Also Werte und Assets wie zum Beispiel Wissen, Kontakte, Maschinchen, die für dich produzieren etc. Denn Kostendruck bringt dich dazu, dass du Dinge tun musst, auf die du keine Lust hast. Das wäre zum Beispiel ein Job, aus dem du längst herausgewachsen bist. Dieser Kostendruck hält dich im Hamsterrad und kettet dich am Boden fest. Gemäß meiner Erfahrung kommt Burnout nämlich nicht von zu viel Arbeiten. Meiner Meinung nach kommt er daher, dass man gezwungen ist, eine Arbeit oder Teile einer Arbeit zu machen, die man eigentlich nicht tun möchte. Wie wir ja inzwischen wissen, ist es unfassbar wichtig, die Zwecke eines Ziels zu kennen. Diese Zwecke sind nämlich die Gründe, warum du trotz Schwierigkeiten und Gegenwind an deinem Goal festhalten wirst. Während der Energizing-Phase. Arbeite also sehr genau für dich aus, warum du das oben genannte sinnvolle Ziel wirklich erreichen willst. Was wird es für dich und dein Leben bedeuten? Für deine Lieben und deine Umgebung? Wie könnte es sein? Warum wäre das toll? Etc. Aus diesem Grunde wiederhole ich dir das sinnvolle Ziel, das du anstreben solltest, hier noch einmal. Finanzielle und persönliche Freiheit, die es einem ermöglicht, seinem Purpose, dem wahren Ziel, also der eigenen Bestimmung, zu folgen. Überblick für die konkreten Schritte zur finanziellen Freiheit. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es 14 sehr exakte Schritte gibt, die man Stück für Stück durcharbeiten muss, um am Endziel, wie oben gerade definiert, anzukommen. Diese liste ich dir hier an dieser Stelle in Kurzform auf. Erstens. Das sinnvolle Ziel, das du anstreben solltest, musst du kennen, damit übereinstimmen und du musst die Gründe wissen, warum du es verfolgen möchtest. Zweitens. Zweitens. Den Geldmagneten einrichten. Drittens. Deine Kosten kennen und reduzieren. Viertens. Einkommen und freie, kreative Zeit steigern mit Hilfe von Pareto. Fünftens. Deinen Purpose finden und verfolgen. Sechstens. Eine Ressourcenliste erstellen. Also welche Werte habe ich, derer ich mir gar nicht bewusst war. Siebtens. Eine Stärkenliste erstellen. Welche Stärken habe ich, die mich wertvoll machen, ohne dass ich es vielleicht gemerkt habe. Achtens. Die Branchen- und Marktnischenliste. Neuntens. Cashflow steigern, also feste, positive, laufende Einnahmen. Zehntens. Eigenkapital steigern. Elftens. Handelsgeschäfte. Zwölftens. Bonitätsaufbau, Steigerung der Kreditwürdigkeit. Dreizehntens. Finanzierte Handelsgeschäfte durch Kredite. Vierzehntens. Permanentes Investieren in Cashflow und andere Assets, also andere Werte. Wenn du das jetzt noch nicht alles verstanden hast, ist das kein Problem, da ich die einzelnen Punkte in den nachfolgenden Kapiteln sehr ausführlich beschreiben werde. Und dann gibt es noch dein Kreditwürdigkeit. Und dann ist alles verstanden.